Ich bin wieder allein. Als in schlechter Gesellschaft. Oh nein. Jetzt haben Sie mich verunsichert. Jean-Yves, gucken Sie mal. Und? Ich meine, ja. Alles hier. Und wie? Ist schon klar, was wir hier machen? Ja. Wahnsinn, du hast es gemacht? So, jetzt hab ich aber richtig Appetit. Ich sterbe vor Hunger. Ich überlasse dir das Ziel. Nein, nein, nein. Kein Shishi zwischen uns. Der spinnt. Das ist ja nur eine große Schmusekanzi. Verstehst du? Danke. Er hat es versprochen, mir Zeit zu geben, um es ihm zu sagen. Ich hab nachgedacht. Ich werde es. Ich muss noch einmal. Oh, oh, oh! Alles klar? Super. Oh mein Gott. Brauchen Sie noch einen neuen Termin, Monsieur Bertier? Wiedersehen. Wiedersehen. Ich benehme mich wie das schlimmste Miststück und er guckt mich nur an mit seinen Labrador-Augen. Wie ich glauben konnte, dass sich eine Frau wie Sie für einen Typen wie mich interessiert? Das war dämlich von mir. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist der Hochzeitsstress. Das ist normal. Alles wird gut. Juhu! Juhu!